moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir spielen wieder little nightmares und versuchen mal gegen ende zu kommen wie man sieht sieht man gar nichts wir haben unseren süßen six freund verloren aber wir werden alles schon wiederfinden der große mann aus dem fernseher geht laut hoffen wir dass wir ihn wieder finden weil sie wohl hin ist ist er vielleicht in diesem fernseher hat zum fernseher gerannt weiß natürlich nicht so ein bisschen leicht gespannt ist man schon es sieht einfach nicht schön aus in dieser welt egal wo man ist immer kacau noch ein fernseher okay das ist dieser portal für uns ganz witzig auf die andere seite das ist ein bisschen ein fernseher hat die andere seite bekommen okay so können wir auch rein ganz normal wieder was gelernt Okay. Okay. Wir sind schon ganz gut, wir hangen uns hier von Dach zu Dach. Aber normal ist es nicht. Nein. Okay. Jetzt mal lieber runter, dass wir da rüber springen, damit wir es geschafft hätten. Aber da ist ein Fernseher und da oben ist ein Fernseher, das ist eine Fernbedienung. Leicht. Die Engel bestimmt halten, so ist sie weg. Ah, okay. Und kann drücken. Ach der Sinn. Super. Dann haben wir wieder was dazu gelernt. Und? Okay, da kann man hier was auch hin. Und den Wagen schieben. Ja. Ja. Warten wir da. Klar. Und dann müssten wir jetzt ja gleich da rüber springen können. also vor auf dieses Ding rauf und dann ein weiter, oder? Ja. Ja, ein kleines Rätsel, die das Spiel auflockern hat. Ja. 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 da da hinbeam, äh, da rüber beamen. Okay, ja, nicht schlecht. Hoch! Ja, noch mal hoch. Wie so ein Fernsehjunkie. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Na ja, wie cool ist das denn? Oh! Heia geil! Und was hoch? Der Fernseh war kaputt bei der Kamera. Nein! Nein! Ich hab mich doch an dieses Ding da gehalten. Das war ja richtig bescheuert. Gut, dass wir hier anfangen. Ja! Das war ja noch nicht. Ja, das war ja noch ein paar Mal ein paar Mal. Wie ist das? Das war ja noch? Was ist das? Was ist das? Das war ja noch? Das war ja noch nicht. Ja, ich habe das. Warum auch immer. Okay, das war natürlich uncool. Kann ich irgendwas anderes machen? Muss ich nicht da runterziehen? Okay, der Fernseher lebt noch. Gucken, wo wir jetzt hin kommen. Ja, gut. War das ein Schalter? Okay. Jetzt ist der Boden voll mit Strom. Jetzt ist er ausgeschaltet. Okay, okay. Wollen wir vielleicht gleich mal rennen? Okay. 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 So schnell darfst du ihn ruhig ziehen, das stimmt uns nicht, weder dich noch mich noch die Zehn-Manus. Alle warten auf dich. Okay, jetzt sind wir hier, bringt mir ja gar nichts, dann hier muss er den Schalter hinbekommen, wahrscheinlich. Nein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal reinnehmen. Warte mal reinnehmen. Ne. Guck mal, wir sind hier. Warte mal, ob es hier noch was gibt. Da gibt es nichts. Wir haben den Fernseher da drin. Ah ok, warte. Ah ok, ich weiß was, ich weiß, ich weiß, ich weiß. der fahrschlag so langsam mal hier wo die haben wir es machen können Karton wegziehen wir gucken wo wir hinkommen hier ist einfach gestorben das ist natürlich dumm das spielt ja noch was nicht was soll ich hier wo kann ich da rüberspringen wir brauchen den hocker von mir kann ich einfach holen oder dreht sie durch das ist gar nicht mit da ich gehört aber Wow! der strom geht gar nicht mehr aber wir können hocker holen um durch die tür reinzukommen ja 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 das ist ein stromschlag für die gute die menschen aber wir dinge brauchen können immer für den guten wir sind wir hier das ist trocken Das fängt halt auf. Hier rein. Da können wir überall hoch. Kann ich auch ganz hoch zählen? Tatsächlich können wir das aber einfach mal. Hier haben wir auch unsere Luke. Ach, da ist der Schalter. Oh, warte mal. Es blinkt. Geht gleich wieder an der Strom. Oder bleibt er aus. Jetzt er an. Jetzt er an. Okay. Okay. Laufen hier. Ach so. Dann brauchen wir den. Okay. Können wir ihn mitnehmen? Kann ich ihn schieben oder ist er fest? Okay. Wir nehmen ihn da rüber. Dass er nicht wieder in die Luft kommt. Okay. Okay. mal kurz. Kann ich durch? Nee. Dann muss ich doch hier hochkommen irgendwie. Ja. Von da. Nee. Dann muss ich den Wagen noch weiter rüberschieben. Okay. Kommt ich von da jetzt da rüber? Ja. Okay. Dann komm ich von da jetzt auch da rüber? Ja. Okay. Gut. Dann könnten wir glaube ich nämlich den Strom wieder anmachen. Und dann einfach einen anderen Weg laufen. Oder? Müsste auch klappen. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte dies funktionieren. Testen wir mal. Ja weg mit dem Ball. Algum. Bitte. Na ne der denn. Wenn wir mal? Na. 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 Na, na. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Vielen Dank.